Die Jungs sind einfach wahnsinnig motiviert, weil sie unbedingt Olympia mitmachen wollen. Wofür gehen wir jeden Tag laufen? Wofür treffen wir uns morgen um sieben zum Athletiktraining? Nur dafür, damit wir dort vor Ort bei den Olympischen Spielen auf dem Platz stehen können. Willkommen in Indien. Der größte Spieler in der Liga.